Ja kurz ein Blick auf Mirrors. Wir können hier einfach nur die Feldgröße einstellen. Hier haben wir jetzt mal 3 und die Schwierigkeit. Und dann können wir das Ganze starten. Dann haben wir ein Spielfeld, das momentan noch nicht designt ist. Und auf diesem Spielfeld können wir jetzt spiegeln. Das heißt, wir wissen zum Beispiel die 1 muss da rüber. Also können wir jetzt auf dieser Mittelachse, die können wir einzeichnen und dann spiegeln wir. Jetzt haben wir schon oben 1, 2, 3, 4. Sehen wir da erst irgendwas noch nicht. Da müssen wir hier nochmal spiegeln. So, jetzt die obere Reihe schon mal heile. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, haben wir schon gelöst. Also das wäre jetzt so ein... Ne, da unten passt noch was nicht. 21, doch passt. Ja, das wäre jetzt quasi die Lösung. Sieht auch der Timer stehen geblieben. Da haben wir noch keine Grafiken jetzt zum zeigen, dass das alles geklappt hat.